Hi, willkommen an der Barden University. Hier ist deine offizielle Vergewaltigungspfeife, aber nur benutzen, wenn es auch wirklich passiert. Hi, wie wär's? Hast du Lust, bei uns mitzusingen? Sag, was du kannst, Junge. Ups, kein Junge. Wir singen Songs ganz ohne Instrumente. Das kommt alles nur aus unserem Mund. Aha. Nein, danke, ich kann nicht singen. Wie heißt du? Fat Amy. Du nennst dich selber Fat Amy? Ja, sonst tut ihr ausgehungerten Schlampen es hinter meinem Rücken. Aha. Oh mein Gott. Du kannst ja das singen. Du musst den Bellas beitreten. Ich kann nicht denken, wenn ich so viel nackte Haut sehe. Ich gehe erst wieder, wenn du singst. Du hast eine tolle Stimme. Danke. Oh Mann, die Bad Boys des A Cappella werden immer besser. Ihr Mädels wart echt super. Du furchtbar, ich hasse dich und scheiß auf eure Girl Power. Das ist deine Liste aller Songs, die wir jemals performt haben. Da ist keiner aus diesem Jahrhundert. Wir müssen nicht nur gut sein, sondern anders. Unser Ziel ist das Finale. Und wie bezahlen wir die Vorentscheidungen? Im Bikini Autos waschen steht schon mal außer Frage. Nein, Aubrey, im Bikini Autos waschen ist total mein Ding. Ab sofort wird keine Zeit mehr für die Highschool oder Jungs verschwendet und ihr müsst was für eure Fitness tun. Ja, nee, mit Fitness habe ich es nicht so. Was machst denn du da? Ich laufe im Liegen. Und arbeitet ihr schon am Riff-Off? Und bitte was? Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine, you blow my mind, hey Mickey. Dann mischen wir den Laden mal auf. Was für ein langweiliges, östrogengeschwängertes Set habt ihr denn diesmal am Start? Hey, Amy! Ich wurde angeschossen! Wir werden euch dermaßen fertig machen. Eure Männermöpse werden vor Angst zittern. Irgendwie habe ich gerade so richtig Lust, dich zu küssen. Und ich habe manchmal so richtig Lust auf Ecstasy, aber dann denke ich, besser nicht. Yeah!